Der Abteilungsleiter und Trainer der Boxer des TSV 1860 München wurde von Bundesentwicklungsminister Gerd Müller mit der Rupert-Neudeck-Medaille ausgezeichnet. Der Minister würdigte Alitschukus langjähriges Engagement für Integration durch Boxsport, das sich für das Miteinander zwischen Menschen verschiedenster Hintergründe in Deutschland einsetzt. Der 59-jährige Alitschukur leitet seit 1998 die Boxabteilung der Löwen. Zusätzlich arbeitet er als Antigewalttrainer und Betreuer von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Am 18. Januar trifft die Staffel der 60er in den Münchner Kammerspielen auf eine Auswahl aus Ghana.